hallo zusammen und willkommen zu einem brandneuen video hier auf meinem kanal ich war für euch nach langer zeit mal wieder in sachen lego unterwegs und dabei führte mich mein weg in die niedersächsische stadt hildesheim hier fanden an diesem wochenende das zweite mal die hildesheimer steinwelten statt und was es auf dieser lego fan ausstellung alles zu entdecken gab das zeige ich euch jetzt so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.